ja ja ich lass ihn auch vor gott sagen haben wir mal ein lust hier mit freien mehr soll ich nicht geht die drei handgerissen germany gold hier schweine alter ich sehe das schon wieder so autos alter legendär dass das das kreik hat alle gefahrzeuge noch mal 14 und 15 germany gay bei uns bei uns in der lobby so gut ich weiß nicht ob die kollegen jetzt noch ein auto aussuchen hier select cars genau danke wenn sie 16 von 16 fader wei frei feio boys Ihr Room ist voll. Moody. Ja, ich hau einen raus. Come in now. Moody. Wenn Leute hier ihr Fahrzeug nicht auswählen, brauchen die auch nicht die Lobby voll machen. Guck mal ob Moody dabei ist. Moody ist dabei, okay. Ja, ja, ich warte noch auf Moody. Ja, also ich habe keinen Druck, aber... Weißt du, hast keinen Druck? Nö. Also ich habe einen Tag der Woche frei und das ist mein Tag. Nö, nö. Hast du heute schon ausgeleert? Ich habe einfach nur morgen frei. So, wir warten auf Moody und dann starten. Ja, bloß. Ich sage ja nur. G. Power. Genau. Oh, der war so geil. So, fade away, please select your car. Boah, wie so eine Ansage, weißt du? Geil. Anna, du bist schon zu viel in die Kiste geguckt. Ja, Moody kommt nicht rein. Okay. Keine Kiste und so. Das ist alles durch. Aber das war... Fade away. Ciao. Ciao. Happy Kursmann. Happy New Year. So, wir warten noch auf Moody. Check your challenge, y'all. Alter. Klick, klick, klick. Mirko. Danke. Mein Fuß tut weh. Dann haken ab. Ich glaube, der hat ein bisschen Probleme, Moody, heute. Wuhu. Sorry, Moody, we start. We want to start. Beigetreten. Okay, hat geklappt. Okay, we wait. Select your car. Ich schlaf da mal in der Runde. So, geht los. Moody ist da. Zille weich? Weich habe ich drauf? Ja. Nee. Doch. Nein. Niemals. Doch. Immer noch nicht. Also, für mich stehst du bei 13 und bist in der Box und mit weich. Oh, ist Lüge. Krass. Okay. Gute Luke. Gute Luke. Tum, 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 tum. so hoppel regenreifen der box nein hoppel regenreifen ohne witz entweder voice chat oder regenreifen nein wir müssen in der unterdruck setzen das geht nicht so weiter hoppel das geht nicht so weiter zelle warum so schnell wir essen zeitig wiiiil wir essen zeitig siehst du hoppel das ist das ist kontra wo steckst du wir kacken alle gleich ab aber hoppel so wie du fährst das ist unverschämt lass uns teilhaben schweißer siehst du genau diese scheiß hoppel so ganz einfach scheiß hoppel ich starte einfach von ganz hinten meine zweite runde packen schafft man nicht mehr schweißer siehst du ja schweißer siehst du ja den kannst gleich rauskicken und so ein arsch schweißer siehst du ja schweißer siehst du ja jetzt hat ihn gerade jemand abgeschissen abgeschossen ist richtig so hat er voll verdient er ist mir mit 200 oder so sein er ist nicht mal gebremst oder so weiß ich nicht war mit absicht naja da fährt nicht mit sind eben bloß 13 auch nicht so schlimm bevor wir so eine pfeife bei haben hier weißt schweißer siehst du ja naja mit den mediums könnte ich durchfahren denke ich und entraten